So, bei mir ist jetzt Herr Stauber der Erste, der Katy Melua Tickets gekauft hat. Herr Staub, wie kommen Sie dazu, dass Sie die Tickets schon heute Morgen am Sydney so früh gekauft haben? Ja, ich habe gestern Abend ein SMS bekommen vom Sohn, ich soll anstehen, aber ich kenne sie als Leute. Was, Sie kennen Katy Melua nicht? Nein, nein, nein. Ein Weltstar, der vielleicht in Schwierig kommt? Ja, und Sie würden dann nicht selber gehen, Sie schicken einfach den Sohn? Ja, der Sohn hat mich geschickt. Das ist gut. Und jetzt, was sagen Sie dazu, dass Katy Melua einen Weltstar auf Richterswil kommt? Ja, das ist natürlich sensationell, wenn man so etwas erleben kann. Ich meine, Richterswil hat ja einige Überraschungen, ob ich so etwas bin. Genau.